Mein Name ist Ralf Siegbert Haug. Ich bin Leiter des Qualitätsmanagements und nunmehr seit 16 Jahren bei der Firma Automool tätig. Ich achte insbesondere darauf, dass unsere Produkte unser Haus nur in Premiumqualität verlassen. Und die Prüfung, ob es sich hier um Premiumqualität handelt oder nicht, die erfolgt hier im Labor mit unseren zahlreichen Gerätschaften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017